So, willkommen zurück. Ich bin hier immer noch in der Mission, wo ich dem Gegner mehr oder weniger die Ressourcen wegklauen soll. Das funktioniert auch ganz gut bis jetzt. Ich könnte sogar schauen, ob ich noch mehr Einheiten geklaut kriege, aber ich glaube, die zerschießen die jetzt hier alle. Ja, naja, ist so schlimm. Ich habe jetzt hier Kampfgruppe 1. Das sind so meine, ja, Nahkampfschiffe. Da ist aber auch ein Begleitkreuzer dabei zum Reparieren. Ich habe hier Rachel. Hier hinten wird noch ein bisschen fleißig abgebaut. Das ist aber okay. Das dauert auch nicht mehr lange. Und dann haben wir hier den Carrier schön in die Mitte der Karte gestellt, damit auch die Flugwege für die Luftangriffe gar nicht mehr so weit sind. Ich ziehe die mal alle wieder zurück. Oh, Rachel kann hier mal sprengen. Hier hinten sieht es auch schon sehr so aus, als wären sie gleich fertig. So, Rachel haut jetzt hier noch ein bisschen die Sachen auf. Vier Sprengladungen, kein Problem. Zack, und die nächste. Und wahrscheinlich ist es total egal, wo die liegen. Wenn die also halbwegs in der Gegend liegen, reicht das vollkommen aus. Hoch das Ding. Und noch ein Artefakt. Ja, damit. Dankeschön. So, hier sind wir gleich fertig. Dann können die Sammelfahrzeuge hier hinkommen. Mal schauen, was wir jetzt kriegen. Ah, irgendwo hat er jetzt schon wieder Gegner gefunden. Wahrscheinlich kommen die wieder hier über diesen Bergpass. Rachel, du sollst das Artefakt einsammeln. Und, was ist es? Komm, auch nicht so spannend. Kapi's, die Produktionsleistung haben wir jetzt. Ah, gut, dass wir jetzt wieder ein paar Railguns dabei haben. Was haben wir denn hier? Kapi's, die Produktionsleistung. Könnte volle Ferne in den Mechanismus ladenräumen. Heißt das, dass wir jetzt eine dritte Produktionskette haben? Mh, werden wir gleich sehen. Ich will jetzt nicht Geld ausgeben für irgendwas, was dann gleich wieder, äh, gleich wieder weg ist. Oh, jetzt lassen wir, diesmal lassen wir Rachel ein Auto klauen. Komm her. Ja, oder auch nicht. Die Truppe ist inzwischen so schnell, dass ich da gar keine Chance habe. Mist. Wie sind die eigentlich alle inzwischen aufgestellt? Oh, durchaus halbwegs erfahren. Ein paar echte Profis dabei, aber auch noch ein paar Anfänger. Jetzt werden wir aber mal hier ein bisschen aufräumen. Das wird immer nichts mit dem Hacken. Rachel ist zu langsam. Ja, was soll man denn machen? Oh, haben die das hier hinten abgebaut. Schauen wir uns doch mal an, wie die hier hinter der Düne aussehen. Die haben sich angeblich jetzt hier alle bei den Produktionskreuzern versammelt. So, die können, die KPC ziehen wir hier vor und die sollen hier abbauen. Speichern mal schnell zwischen, nur für alle Fälle. Oh, okay. Oh, okay. Okay. Ich habe jetzt mal alles draufgeschickt, was ich habe. Theoretisch kommt da hinten jetzt ein riesen Flotter von Jägern. Okay, die Reparaturfahrzeuge reparieren, so schnell sie können. Oh ja. Ich habe jetzt den Fakala-Tranmission. Es ist nicht perfekt, aber es ist die beste es wird. Sie haben den Fakala-Kapisi, wir haben die Ashoca-Kapisi, aber sie haben verloren, und sie sind in der Nähe von Ihren Beobachtung. Bereit zu nehmen, zu nehmen, zu nehmen. Wir sind in der Nähe von Fakala-Kapisi. Good work, Rachael. All stations, prepare to engage the Ashoca. Center, move out and be ready. Be advised, Fakala-Karrier, visually authenticated. Fakala-Karrier. Enemy carrier detected. Moving fast on our location. The Ashoca has arrived. All carrier personnel to battle stations. The Ashoca is heading towards a nearby resource deposit, and is at full combat strength. Prepare defenses. Wie krass einfach auch der, ähm, das Ding ist, das, äh, der Soundtrack. Bin gerade auch wieder in der Untermalung. Wahnsinn. So, hier ist soweit erstmal, glaube ich, alles sauber. Jetzt sichern wir mal noch ein bisschen die Umgebung. Die sollen ja schön fleißig abbauen. Es passt soweit. Reading. Standing by. New coordinates verified. CU-Site exhausted. A large group of gaussian units is inbound from the Ashoca. Ah. They lack anti-air defenses. Recommend air strikes. Okay. Gut, dass ich genug Airstrike-Units gebaut habe. Hostile light attack vehicle detected. Oh, was haben wir denn hier? Hostile on sensors. Authentication pending. We're moving. Setzen wir uns doch mal schön hier auf den Berg rauf. Copy that. Coordinates confirmed. Ah, den Träger darf ich sehen. Verstehe. Okay. 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 So, dass das ein bisschen, ja, ein bisschen besser laufen kann mit den Luftabwehreinheiten oder überhaupt mit den Luftkampfeinheiten. Tracking armoured craft on approach. Was kommt denn da? Ach Gott, das ist ja süß. Wo ist denn Rachel? Ja. So schnell kommt Rachel da gar nicht hin. Was ist denn das? Ein Angriffsschiff? Das kommt gar nicht in die Nähe. Ja, schade. Hostile armor eliminated. Armoured vehicle taking effective fire. So. Dann. Wollen wir mal. Oh, da ist aber ordentlich was. Die greifen nicht mal an den Bus. Kost. Wegen. Was ist denn jetzt? Ach, alle Lufteinheiten sind beschäftigt. Das hat funktioniert. Gut. Na, was jetzt? Eine große Waffe der Galassian-Auerkraft wurden in den Norden geteilt. Ah, f***. Sie werden hier in die Zollung kommen und sind auf der Route zu der Ashoka. F***. Deployen AA-Assets über ihre Projekte Kurs, um sie zu zerstören, bevor sie auf der Ashoka landen. Wenn man mit der Ashoka beobachten kann, werden die Luftverwärter erhöht, die Luftverwärter erhöht. Armored vehicle, we have modified our anti-aircraft missile systems from the AA turret to be compatible with the Assault Unit chassis. This will provide us with a mobile anti-air platform. Regionalist, the missile battery is effective against both ground and air targets. However, it can only fire while stationary. Upgrade fabrication facilities and begin producing missile batteries to counter them. Galassian Interceptor Group ETA, 7 minutes. We craft destroyed. Set new heading. Ah, okay. Ich habe ein bisschen Zeit. Strike fighter approach vector dialed in. Green line confirmed. Engine hot. Hostile armor incoming. So. Schauen wir uns mal an, was hier los ist. Ja, das passt soweit. Mark the bearing. Hostile detector. Visual unconfirmed. Jetzt packen wir doch hier einfach mal ein paar Luftabwehr-Einheiten hin. Zack, da. So, die reparieren sich alle. Das passt. Hier landet bitte alle. Das passt auch. Angriffsgruppe 1. Bleib bitte oben. Rachel, bleib bitte auch oben. Move order confirmed. Cruiser ready. Engage target. This is Rachel, go ahead. Rachel, moving out. Reading. Armour vehicle taking effective fire. Hostile rail guns. Na gut, das ist gut, dass sie jetzt hier nicht von hinten nicht erwischen können, weil sie auf der Düne stehen an Einheiten nicht nicht erreichen können. Bauen wir mal hier Raketenabwehr. Ready for command. Copy. Order set. Enemy aircraft will enter the combat zone in approximately 5 minutes. Ja, ja, ja. Ready. Muss halt warten, bis der hier fertig ist. Reading. So, den stellen wir mal hier schön in die Mitte. Komm, 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 komm. Oh, hier ist alles leer gemacht. Farmt. Dann rüber mit uns. Research completed. Make rig on something on the horizon. Waiting for eyes on to authenticate. Send message. Grid updated. Ich könnte natürlich auch einfach versuchen, das blöde Ding hier zu zerstören. Missile batteries have been upgraded with a mortar launch system. Clear to an armoured vehicle is taking fire. Das gibt immerhin Erfahrung. Hier ist irgendwo Luftabwehr. Ja. Attention. Strikecraft destroyed. Target confirmed. Launch Bomber. Bomber on deck. Set to launch. Strike fighter 4. We got a rail gun under fire. Strike systems online. Ready to burn. Go for order. Los, los, los. Ah, es sind zu viele. Es sind zu viele. Es sind zu viele. Los, 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 los. Armoured vehicle has been destroyed. Hau drauf. Hau drauf, was ihr habt. Ja, 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 ja. 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 Sehr geil. Danke. Das war die Ruhe. Sehr schön. Die bauen hier hinten ab. Lassen wir mal hier noch. Support ready. Wir müssen für alle Fälle noch ein Turret hinsetzen. Aller Strike fighter zurück. Hinten das Luftabwehr. Leute, vorher haben wir das Ding zerstört. Stopp. Sauber. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt mal einen schönen Luftangriff. Ach, scheiße. Ich kann nur Jäger nachbauen. Die Bombe habe ich jetzt verloren. Dann greife ich doch. Sollte ich damit schon angreifen? Speichern wir zwischen. Schauen wir, wie viel von den Jägern er uns hier zerschießt. Rachel kann ja auf jeden Fall mal wieder gehen. Oh, sieht doch ganz gut aus. Ja, gut. Was ist das? Das passt doch. Ich würde ja einerseits total gerne diesen Luftangriff von denen sehen. Andererseits muss ich mir ein bisschen sorgen, wenn ich so lange warte, bis die kommen. Dann war es das ja auch bald. So, Rachel, würdest du dich da bitte nicht... ...drin verfangen? Los, 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 los. Boom. Ich bräuchte natürlich eigentlich auch die Ressourcen, die da über rumliegen. Ich sehe die Frage, ob die ganzen Ressourcen abgebaut werden. Oder ob die dann weg sind. Ach, hier sind jetzt so viele Einheiten. Was soll der Geiz? Ready. Set new heading. We've detected something. Can you confirm visual? Crews are ready. We have real-time scans coming in. See you to Galcian Interceptor Group ETA, 60 seconds. Deploy anti-aircraft assets to intercept them before they land on the Ashoka. Armored... Intel, I'm detecting an energy buildup within the Ashoka. What the hell was that? An electromagnetic pulse. Multiple units disabled. Estimate time to recovery. Several minutes. Until then, they're defenseless. Sorry, what? The Ashoka is heading for more resources and deploying additional defensive units. Initiate evasive maneuvers and continue to engage the Ashoka until the EMP disabled units come back online. Reading. Galcian Interceptor Group ETA, 30 seconds. The captain. Strike fighter coordinates dialed in. Attack vector dials. Enemy real gun eliminated. Intel, EMP energy signature detected. They are recharging the weapon. Understood. Advise when the EMP approaches firing readiness. Galcian Aircraft on approach. Enemy air strike inbound. So, jetzt bin ich mal gespannt. Hostile light attack vehicle detected. AA turret taking fire. Enemy salvager neutralized. Boah. Hostile designated. Tracker assigned. Crew ready. Point defense. Sieht jetzt aber überschaubar aus. This is Rachel. Go ahead. Move out. This is the captain. Alle Lufteinheiten zurück. Hostile Interceptor down. Hostile strike craft down. Wo war denn jetzt der große Angriff? Verstehe ich nicht ganz. Runner. I know this is a science vessel. You have to hold it. Tracking armor craft on approach. Galcian Interceptors have reached the Ashoka. It will only take them a short time to rearm and begin launching strikes against us. Prepare anti-aircraft defenses. Be ready. Ach, das sollte wahrscheinlich so sein, dass die da durchkommt. Aber das gefällt mir jetzt alles gerade gar nicht. Verstehe ich jetzt alles gerade gar nicht. Verstehe ich mit dem Center. Support crews are under attack. Das machen wir anders. Oh, das war Screenshot machen. Ist ja auch geil. Steuerung F12 und Screenshot machen liegen auf derselben Taste. Das ist ja dumm. Wie dumm ist das denn? So, pass mal auf, Leute. Das erlaube ich nicht, dass ihr hier so entkommen könnt. Ich werde jetzt mit den ganzen Luftkampfeinheiten einfach auf die Ashoka rauf zielen und die zerstören. Vorausgesetzt der Speicherpunkt ist früh genug davor. Nicht, dass das zu nah dran ist. Deploy anti-aircraft Assets to intercept them before they land on the Ashoka. Jetzt kommt wieder die EMP-Zwischensequenz. Zum Glück ist das nicht so lange, wie es klang im ersten Moment. Weil das wäre voll fies, wenn die dann komplett ausgeüberscht werden könnten. Galcian Interceptor Group, ETA, 30 Sekunden. The Ashoka is heading for more resources and deploying additional defensive units. Initiate evasive maneuvers and continue to engage the Ashoka. Until the EMP-disabled units come back online. Hostile railguns have opened up. Forstums are under attack. Immediate fire support on that position. You have proved a worthy opponent. But let your joy be tempted with the courage that you will tend to be. There can be no peace on Karak. So long as your Kithid pursue a path to the stars. Hmm. Hmm. Personal log. Science officer. Rachel Seget. Expedition carrier Capici. Jakob, du warst mit etwas, Großbritannien. Die Technik, die GalSien haben von diesen Wrecks recovered. Die Technik, die wir uns selbst gefunden haben, ist re-Writing das Buch auf Science und Engineering wie wir ihn kennen. Wir haben bereits die Vorteile gesehen. Du kannst mir vorstellen, wie excited ich bin. Ich wünsche dir nur, dass du hier in diesem Teil warst. Wenn wir lange genug sind, um den Chiraki-Objekt zu erreichen, gibt es keine Ahnung, was wir finden. Wenn... Ich liebe das Wort. Ja, es ist wieder klassisches Homeworld. Insofern, dass man, wenn man bestimmte Momente in dem Skriptvorgang von der Mission zu früh auslöst, dass es dann unter Umständen schwierig wird. Oder dass dann halt Sachen passieren, auf die man echt schwer reagieren kann. Aber ganz interessant, dass man hier diesen Träger scheinbar vorher schon ausschalten kann, bevor der das nächste Missionsstück lostritt. Also, dass diese Verstärkungsschiffe kommen und dass er sich auf die andere Seite der Karte zurückzieht. In höheren Schwierigkeitsgraden geht das dann wahrscheinlich nicht so einfach. Was jetzt ein bisschen blöd ist, dass ich jetzt so viele Ressourcen nicht mitnehmen konnte. Da ist ein bisschen... Ja, ich hoffe, das beißt mich nicht irgendwann den Schwanz. Mal schauen, wie es weitergeht in der nächsten Folge dann. Tschüss!